Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Golem Body Personal Training. Wir sind dieses Mal in Österreich, besser gesagt in Miaming im Hotel Schwarz. Wir sind jetzt schon das dritte Mal hier und wir sind einfach absolut begeistert immer wieder von diesem Hotel. Ich erzähle ihnen immer von diesem Hotel und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal ein Wochenende mit. Wir sind jetzt von Freitag Mittag bis Montagmorgen Mittag da und ich nehme euch ein bisschen mit, zeige euch, was wir da machen, was man da essen und was man da unternehmen kann. Und ich wünsche euch viel Spass mit diesem Vlog. Lachen 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 Hey, girl, you make me wanna write a song. I'll sit you down and sing it to you all night alone. I've had a melody in my head since you walked in here and knocked me dead. Yeah, girl, you make me wanna write a song. Und hier die neue Saunalandschaft. Hier geht alles ab und das hier oben, das ihr hier seht, ist alles neu, das waren wir noch gar nie. Zieht euch das mal ein. Es hat tatsächlich eine Liste für den gesunden Schlaf mit allen verschiedenen Küsse oder Zusatzdecken, die man sich bestellen kann. Ich muss euch etwas zeigen. Man bekommt jedes Mal einen Badmantel mit Schleppli, das ist mein Bikini. Ich weiss gar nicht, sonst ist es immer so weiss, halt normal. Und lustigerweise hat es immer viel zu grosse Schleppli gehabt. Oh, die sind mir immer, ich habe ja schon etwa sechs Paar von diesen zu Hause. Wer kennt, wer nimmt immer das Heim? Es ist nicht klar, es ist nicht klar. Es ist gut, die Werbung zu machen, wenn man die Finken mit Hause nimmt. Und dann hat es dazu eine riesige Tasche mit, ja nicht so spektakulär, Tüchli, noch mehr Tüchli. Und dann ist es auch schön, ein wenig in der Mitte. Tch, 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 tch. Ja, die Single-Frau sind hier im Wellness. Pass auf, was sie zeigen, es ist alles auf Kamera! Nein. Doch? Ein bisschen. Also sag nochmal, wen hat es dir gefallen? Die schon. Nur die. Einfach nur die schon. Lass die Flasche. Nehmen wir hier einen Tee. Entspannung! Wow, der Dankeschön ist auch immer super gewesen. Was? Auch das, genau. Oh, der hat Waldirian drin. Es schmeckt wie in einem Blumengarten. Ich bin wenig. Ich bin wenig. Ich bin wenig. Ich bin wenig. Vierst mit ein Blumengarten. Das heißt, das ist ein Backchappen. Ich bin immer noch ein Blumengarten. Das ist ein Blumengarten. Das ist ein Blumengarten. Oh, spezielles Licht. Wir waren uns gerade bereit für das Gala heute Abend. Es war ein grosses Golf-Turnier. Jetzt sehen wir gar nicht. Jetzt kannst du tänzeln. Ist das für ein Move? Wir üben nochmals. Guten Morgen. Tag 2 ist angebrochen. Es ist momentan um die halbe 8 Uhr. Ich bin schon relativ lange wach. Und darum führe ich euch jetzt ein wenig umeinander. Wir gehen nachher zum Morgen essen. Ich zeige es euch aber jetzt schon, weil letztens noch nicht so viele Leute habe ich gesehen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ich gehe nachher eine Massage machen lassen. Und ich ziehe euch das mal rein. Es hat hier so ein Buch. Mit all diesen verschiedenen Massagen und Spa und Weiss, der Guggeras. Und zugegeben, es hat eine sehr teure, aus dem Grund, weil es noch eine Schönheitsklinik hat. Aber jetzt sind natürlich etwas andere Sachen dabei. Aber wenn wir jetzt hier schauen, all diese Standardmassagen, die es hier so gibt, hätte es Psycho, wo man bei uns in der Schweiz ein Vermögen zahlt. Ich habe das Gefühl, wo man schon fast für einen halben Preis bekommt. Ist das nicht Psycho? Ja! Ja! Starts mit a smile and it ends with an all night long slow kiss it goes like kiss Musik Musik Oh, jetzt ist es heute so ein schöner Tag. Warte mal. Ich hoffe, ich sehe dich in den Berge. Sie sind aber unglaublich. Musik So schön. Und da hinten, da und da vorne, da sind die ganzen Bäder. Einzelbad, da hinten unten hat es nochmal eins. Das sieht man nicht so gut jetzt im Moment. Da oben ist das Solebad. Und da oben hat es einen Whirlpool. Musik 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 Wie gesagt, zeige ich euch schnell das Morgenbuffet. Ich werde nicht den Haufen dazu sagen. Es hat doch ein paar. Es hat für alle Allergiker, für Laktoseintoleranz und Diabetiker, Weissergruppe, was alles. Verschiedene Müsse. Das ist das Zuckerfreie. Da ist das Glutenfreie. Da ist das Schwarzwital. Das ist das Normale. Es hat Früchte hier oben. Alle verschiedene Samen. Alle verschiedene Samen. Natürlich auch Chiasamen. Hier unten. Alles verschiedene Säfte. Hier meine Lieblingsabteilung. Zwei. Zwei. Alle verschiedene Joghurt. Natürlich auch wieder Soja und Laktosefrüchte. Ich weiss nicht. Wilde Früchte. Da oben sind alle Dörrfrüchte. Zierögerfrüchte. Tatsächlich Passionsfrüchte. Meine absolute Liebe. Alle tausend verschiedene Brote. Es ist auch wieder überall angeschrieben, was es für die Allergiker ist. Für die Allergiker. Zutaten. Unglaublich. Ähm. Dazu. Uh. Alle verschiedene Küche. Brezel. Hier etwas, was mir nicht so zusagt. Ehrlich gesagt. All diese salzigen Sachen. Götzen. Guten Morgen. Guten Morgen. Brührei. Fleisch. Fisch. Noch mehr Fleisch. Käse. Ich habe mich schon immer damit angerufen. Ah, jetzt alle kleine Dürme. Pumfum. Pumfum. Sick! Das ist. Meine absoluten Lieblingsabteilung. Das ist einfach nur Babenhonig. Es klappt nachher alles in den Zähnen. Dann noch neue Brötchen. Wow, in den Rasier! Mit dem habe auch ich mitgerechnet. Wow! Hammer! Genial! Dazu ist der Golfplatz. Ich glaube, man sieht ihn jetzt gerade ein wenig. Das war's. Er nimmt die Morgen Toshi. Das ist schon der absolute jedenste Weg, weil wir sehen, dass dieser Weg so ein Schmuck nach hinten ist der Raum noch viel grösser. Für was haben wir uns entschieden? Einbeis, Schatz. Weil wir uns nicht so sportlich sind. Tatsächlich, weil wir uns nicht so sportlich betätigen wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit einem E-Bike im absoluten Meerliwald und es hat Unmengen an Wurzeln. Und wir fahren mit etwa 30 kmh. Schatz, wie gefällt es dir bis jetzt? Super. Super? Wie ein Downhill, nicht? Aha. Aphillen. 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 Wie ein Schaf. Au! Oh! 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 Voll im Finger die ist. Jetzt rinden. Au! Oh, spinnscheinig. Hey, nein. Hey, hör auf. Du kannst auch, ob ein anderer verreisen kann. Oh! Oh, den Blick. Hallo. Willst du gestreicheln? Hallo. 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 Ähm. 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 Nicht so sicher, oder? Oh! Ciao. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Das war's für heute. 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 Ooh.